Rentner vom Energiegeld ausgeschlossen. Nicht jeder hat einen Anspruch. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Energiegeld für Rentner und für Erwerbstätige lässt uns aktuell nicht mehr los. Und was wir alle wissen ist, dass viele Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem 1. Dezember 2022 einen Anspruch auf die Energiepreispauschale von 300 Euro haben. Und auch es noch eine weitere Energiepreispauschale gibt, nämlich die für die Erwerbstätigen. Es gibt aber auch viele Menschen, die keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale haben. Und bei der Energiepreispauschale, diesen Begriff, müssen wir bitte folgendes unterscheiden. Wir haben zwei Energiepreispauschalen. Einmal die Energiepreispauschale für Erwerbstätige. Die ist geregelt in den Paragrafen 112 bis 122 Einkommensteuergesetz. Und wir haben die Energiepreispauschale für Rentner. Die ist geregelt in dem Gesetz für Renten- und Versorgungsbeziehende und Änderungen des Übergangsbereichs, kurz Rent-E-PBG, gesprochen. Und in beiden gesetzlichen Vorschriften sind die Anspruchsvoraussetzungen für die Energiepreispauschale für Rentner und Erwerbstätige geregelt. Und ich habe mal eine kurze Übersicht gemacht und mir das mal angeschaut, wer eigentlich keinen Anspruch als Rentner und als Erwerbstätiger auf die Energiepreispauschale im Jahr 2022 hat. Und zwar Rentner, die am 01.12. keinen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, haben keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Rentner und Pensionsbeziehende mit dauerhaften Wohnsitz im Ausland. Vorruhestandsrentner, die noch keine gesetzliche Rente beziehen, aber Vorruhestandsgeld beziehen oder erhalten. Rentner, die aus einem berufsständischen Versorgungswerk ausschließlich Ruhegeld oder eine Rente bekommen. Rentner, die eine gesetzliche Unfallrente, Verletztenrente beziehen. Transfergeldleistungsbezieher, die im Jahr 2022 weder eine Rente noch einen Job hatten, haben keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Menschen, die ab dem 01.01.2022 ausgesteuert waren, also kein Krankengeld mehr bekommen und dann Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II beziehen. Wer im Jahr 2022 kein bestehendes Arbeitsverhältnis mehr hatte, hat keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Erwerbstätige. Auch Einkünfte aus einem früheren Arbeitsverhältnis berechtigen nicht zum Anspruch der 300 Euro. Es kann aber dann vielleicht zum Glück einen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale geben, wenn diese Betroffenen am 01.12.2022 eine gesetzliche Rente beziehen sollten. Bezieher von Pflegegeld haben keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. BAföG-Empfänger haben keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Erwerbstätige. Aber nach einer anderen Regelung, die der Gesetzgeber jetzt noch ausformulieren muss, soll es wohl dann 200 Euro Energiepreispauschale für Studenten und Studentinnen geben. Vielleicht habe ich noch die ein oder andere Fallkonstellation hier vergessen oder übersehen, aber eines ist klar. Der Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale ergibt sich entweder nach den Regelungen der Energiepreispauschale für Erwerbstätige oder aber für die gesetzlichen Regelungen oder aus den gesetzlichen Regelungen für die Energiepreispauschale für Rentner. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.